hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft village mit dabei ist der liebe national der liebe marfuka der liebe samix und der liebe jolo gamer aka jolo flamer thunder mica ich gehe mal nach oben denn der liebe samix hat mir gesagt dass national gerade mein haus ein bisschen was von meinem haus abgebaut hat und das schreit nach rache ich brauche noch einen diamanten und dann würde ich meinen dann würde ich meine meine wo bin ich hingelaufen also dann würde ich meine da würde ich mir ein ding bauen und verbessern was hast du gefunden noch mehr diamanten so schnell nach oben es gibt jetzt richtig beef wo ist er was soll das können was ist das hier was das richtig der wichser alter hündchen greif an bringen um bringen um alter ist mir egal ob er in der folge ist alter der national muss sterben alter national muss sterben leute das tut mir jetzt aber leid das habe ich ja gar nicht gesehen entschuldigung entschuldigung er macht den kopf nach unten erst beleidigt ja ja habe ich noch und mach sitz ne hund kommt mit ins häuschen ok also es war doch nicht mein haus es waren von mir ein gebautes haus wirst denn der hund was macht denn der jetzt noch sitzt komm hoch ich brauche ich nicht mehr du hast dein dienst getan er schnell ist tot jetzt habe ich nicht schnell wo eine super super dings gegeben wo er jetzt so dramatische traurige musik einfügen kann ja ja jolo gamer wo bist denn du Diamanten 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 ich muss mal hier mal so gehen wir mal zu samix und schenken hier mal hier ein Diamant ich schenke dir einen Diamanten Samix guck hier du kriegst einen Diamanten als du deinen Diamanten verbrannt hast so hier haben wir noch eine spinne ich glaube sie ist auf irgendjemanden geil gewesen jetzt nicht mehr ach Leute ist das nicht anstrengend das leben da geht man doch lieber da geht man lieber eine runde angeln ich könnte jetzt auch ein paar kommentare vorlesen jetzt habe ich den fisch verpasst na danke wegen die habe ich jetzt ein fisch verpasst so was macht man doch war richtig der after alter was willst du schade ich kann von meinem haus aus nicht angeln das ist blöd ich hätte es nie ans wasser bauen sollen aber ich kann bei samix ausdach ja man macht die scheiben einfach kaputt und geht durch wäre natürlich auch geil wenn man da anstatt glasenzaun macht und jolo gamer hat mich gerufen also gehe ich doch mal zu jolo gamer falls ihr das nicht hört ich wiederhols was er sagt erstens eine doppelschlucht und zweitens eine mine so dann gehen wir einfach mal runter zu mika thunder jolo flamer jolo gamer da ist er doch hallo ja hier komm du kriegst noch einen zweiten also wo geht es lang ernsthaft zu benutzt du deine dings in die richtung ok so das ist natürlich ein unterschied ob man eine diamant spitz hat oder eine billige stein spitzhacke so einmal haben wir hier eine kleine süße schlucht auch die sehr niedlich und ob er trübung da ist noch ein bisschen eisen 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 so ich muss noch mal kurz den timer ich wundere mich wie viel nico wohl aufnehmen will hä wo bist du jetzt hin scheiß ich hab die verloren hä wo bist du dann ach du bist hochgegangen ach scheiß ich hab den nebel an wie mache ich die noch mal aus aber nutzer oberfläche ist das einstellungen grafik benutzer oberflächen klassisches kraft das könnte man auch mal machen ja gut habe ich gesagt scheiße das gibt es gar nicht kann das sein ich kann es ja gar nicht machen ich habe 100 gamma ist ja wahnsinnig ja spielt schon auf 100 gamma ich habe es auf 80 aber ich finde ich finde es voll scheiße mit diesem grund nebel jetzt auf einmal ich sehe da hinten ich sehe dieses ganze ding nicht mal richtig lame alter er ist eine futter luke scheiße das ist alles andere als geil ich würde sagen wir gehen einfach mal irgendwann mal in der nächsten ooo folge mal rein wie es lässt ich so lässt man hier einfach eisen liegen schüsch und so gehen wir einfach mal wieder zurück den diamanten habe ich ja jetzt abgegeben meine mission ist erfüllt turbo modus modus herr gott und ich bin da schüsch soll mal gucken was da oben alles abgeht hör schnell der junge baut erst noch so hat national mal wieder was bei seinem haus gemacht nö aber sammig science ohr leute schaut euch das an wie schön das aussieht herrlich und ein fliegendes schwein noch herrlicher ja ja also ich sehe deinen namen aber dich nicht so wirklich durch die blöden scheinbar jetzt sehe ich die besser du streckst gerade deinen schwanz aus dem fenster und zeigst deinen hintern mhm naja hallo mein kleines hündchen nee du kriegst kein fleisch so wir haben wieder ein bisschen stein dazu bekommen wir haben noch die eisenbrustplatte von sammigs die er nicht mehr zurückkriegt wir haben noch fisch eisenherz haben wir auch wieder dazu bekommen mhm ah die fucken die wollte ich bitte behalten und dann machen wir das noch rein das noch rein und das fleisch klatschen wir auch noch ein leute wenn euch das jetzt auch in der folge aufgefallen ist wurde eiskalt eisen geklaut ich habe nicht so viel rausgenommen ich hatte ein 64er stack drin und hatte verschwindet du penner körper vor meinem haus na alter wie viel loot der dabei hatte alter da renne ich erstmal durch hohoho leute hohoho leckt mich am arsch der hat meine hütte zerstört und der hat mein hund gekillt eiskalt was für ein penner tschüss der hatte milch einmal dabei was hat er vor hä hast du gerade meine scheibe kaputt gemacht hat türe zu alter komm rein komm rein komm komm rein aber noch die türe zu so ok du bekommst den hier du bekommst den hier du bekommst den du bekommst den das gehört noch dir das gehört dir der will kuchen backen er hat ganz viele milcheimer aber ich glaube den namensschild gebe ich ihm nicht mehr zurück dem werde ich stänzen ok los und das behalte ich auch so das war's mein kleiner das war's eier fürs haus das habe ich auch noch nie gesehen so meine lieben freunde ich würde sagen das war's für die folge wir sehen uns bei der nächsten tschau jack it up ja Bis zum nächsten Mal.